In allen Projekten lernen wir, dass die Gewillen von jeder Scheibe die Nähe zu stellen. Es ist eine sehr schwere Projekte, nicht etwas schweres, etwas stehende Innen. Ich habe beispielsweise die ganze Teuchung abheiratet zwischen der Mappe, wie jede Scheibe belangt. Man macht etwas mit Forschung, es ist auch psychisch, dass es nicht klar ist, was sie sagen. Man weiss ja, pinklich, was jeder Nummer von jedem Platz meint, wie sie ist. Das ist ein Größer, was man weiss nicht. Es ist auch psychisch, wenn du nicht klar bist, was sie meint. Die Gewillen geht von euch oder von unten oder von der Seite, was sie meinen, die alle Werte tun. Und ich habe sicher nicht keine Klarheit in dem. Wir wollen versuchen, zu sagen, was von Kluhli, ich glaube, es ist auch nicht klar, was sie steht, was man kann wissen. Es kommt in so einem Gelegenheit, die Friede, die Nacht haben wir gelernt, die Gewillen von den Jehiden. Einen so ein Gelegenheit steht, lässt es verstehen, was in Gewillen schreift. Jeder zerteilt, dass er alle Gegenden versteht, wie sie mir will es riefen. Jetzt noch schreift jeder, das geht der Pusik, der Jerische, der Nachläufe von Josef. Das ist nicht die selbe Zeit, wie sie am Amisch gewohnt. Das darf man wissen, dass sie auch wissen, dass sie drei Schien wissen. Auch das ist für ein Nachläufe. Das heißt, man kann sie sehen, dass sie zwei, vier Schien sehen. Es gibt drei extra Nachläufe, die man in Höhe gewöhnt hat. Man kann das nicht mehr machen, wenn man einen Gelegenheit hat, wenn man einen Gelegenheit hat, wenn man einen Gelegenheit hat, wenn man einen Gelegenheit hat. Später gibt es noch zwei Nachläufe, was man redet, wenn zwei, es sind drei, Jehide und Josef. Die haben die Schien schon ausgegeben bei Gilgol. Nicht alles ist in Gleichgewisch gewohnt, aber es ist ausgeteilt, gemachte Geurel oder ausgeteilt, gemachte Klur der Mappe in Gilgol. So, noch der von Parakeet seine Werte, die letzten sieben Schwüten sind geblieben. Ja, und Josef hat es geteilt von Asche in Ephraim. Die letzten sieben Schwüten sind geblieben. Das teilt man aus in Schiläufe, das hat man ganz nicht gekämpft, damals noch nicht. Aber die Schiehe hat es ausgeteilt, gemachte Geurel, geschickt Schlichem zu sehen. Das sind die drei Sorten nachläufe, die sind in Du. So, jetzt halten wir es bei den Nachläufe von Josef. Jetzt sind nicht gleich noch Jide. Sie werden sich vorgestellt, Jide haben viele Jahre in Deinem. Viele Jahre in Deinem sind in der Kirche, das heißt, wenn sie eben auch Jide haben, war jene bis darauf Ofna, also wie wir noch nicht schlagen. Jetzt, nicht gleich, es geht nicht gleich, es geht mir das im Nachläufe von Josef. Nur, von einem zu Hause hat es gewöhnt, wenn Jide und Josef werden aber noch gewöhnt, wenn Jid ist noch in der Kirche, das geht noch von ihm. Das heißt, wie es heilt, wenn wir sehen, ist das jetzt nicht ganz. Nicht Jide ist zu wissen wie Josef, weil wir machen du die Nachläufe von Josef. In Josef allein kann man nicht nachlesen, dass man ganz schäuert mit Josef, dass man ein ganz interessantes Gewill, weil es nicht nur das Gewill durchgeht, das Gewill zufen kann. Man kann das selbe Gewill zufen von Menasche, was man kann lernen. Aber man kann sich nicht nachlesen, wenn man sagt, dass der Gewill durchgeht, das ist der indischste Gewill von Josef, also wie man sagt, dass man das Gewill durchgeht von Miserich, von den Erden, da ist die Riechung, da ist die Riechung, da ist die Riechung, aber man weiß, wie das Gewill geht, sie riecheln, sie haben mitbeirb auf die Eule riecheln, sie beitern, wo sie es lest, sie gewillt auch Arki, Arki hat gewinnen ein Mensch, ein Spruch war dort gewohnt, sie gewohnt in einem Platz, in einem Platz, in einer Tour, nachdem sie gegangen sind, sie gewillt auf die Leitze, die Wartelung von einem Mensch, nachdem sie auch auf Platz, in einem Platz, in einem Tag, nachdem sie am Gesell, das ist eine große Stütze, das kann man nicht sehen, nachdem kommt es uns in der Jamm, und das ist die gewillt durch, von einem Klug von Josef, aber mehr bei dem Brot, die sind jetzt von einer Frau, weil die Frau immer gewohnt, neben mir durch, und später in mehreren Häusern gewohnt mit einer Asche. Jetzt sagt er, wie ich will bei einer Frau, und ich beheuße mich, aber ich will bei einer Frau, kann nicht mehr aus dem selben Gewill, was ich mir gesagt habe, dann sagt er, bei Kitzel, Adres Adr, bei Schönen Hayamu, das sind nur drei Stabs, anstatt von sieben oder acht Stabs, das steht für die Frise, nur drei, und das ist ein Stier, bei Schönen Elien, bei Schönen Tag, aber bei der Frau meint mehr oder weniger die selbe Sache, und nachdem, möchte ich gewillen, wenn eine Frau, eine Frau, wo sie nicht mehr mit Zuffen und sofort in die Stadt Misrach durch Tane ist Schiläu, es gibt dort einen Platz, das ist die Neue, und dann gibt es noch einen Platz, als ein Tourist, nicht selber ein Tourist, ja, noch ein Tourist, das ist ein Platz nach Russland, und es kommt uns in die Garten, Ziricho zurück zu der Garten, das ist der Gewill Zuffen von Ephraim, und nachdem steht noch eine Sache, von Tapiech geht die Gewill zu dem Marew durch Nachhaltung, das heißt, er rechnet ein bisschen nicht, man muss ein Läum, es rechnet, man hat dort mitten, so ein Platz Tapiech, das findet dort, und das ist der Nachlassmachteil von Ephraim, und er rechnet nicht, dass es steht von Ephraim, es gibt nur eine Sache, als er ein Schicksal von dem, ist es steht von Ephraim, beteiligt Nachlass von Ephraim, das haben wir gelernt, dass nicht jeder eine von den Läumen von gewillt, sondern man muss jeder eine in die Weine, weil mit Ephraim und ein Schicksal von der Gegend, wo es jetzt ausgerechnet hat, es hat noch steht, was steht von Ephraim, was technisch ist, in der Limit, in der Chiemen, von Ephraim. Er hat gewusst, es steht nicht durch den Eben, so gehen wir dir ein paar Uhr, wenn wir das reinigen können. Jetzt noch eine Sache, was so wichtig zu gedenken ist, es gibt einen größeren Stutt, das heißt Geyser, und wir haben gelernt, dass wir mehr auf der gewillt, mehr durch die Mare-Gegend finden, von Ephraim, es ist dort gewohnt, und es ist nicht mehr gewohnt, dass Geyser nicht alle immer selbst verstanden ist, dass Ephraim nicht gekannt wird, wenn er zeigt, es sind die Geyser, weil hier, wenn man sagt, wenn man in einem Jahr macht einen Tag, das heißt Tags, und man sagt, wenn man sich kauft, wenn man in einem Jahr gewöhnt, wenn man ein bisschen geyser hat. Geyser.